Hier kommt für euch FANG! 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 Kommst du los! FANG! Sie klatschen aber ab! Viel Spaß! Hi! Geben wir 5! Hallo! Guten Abend! Normally you speak English. Ja! You wanna do the show in German? Ja! Cool! Also du probierst das heute wirklich auf Deutsch, obwohl du erst ein halbes Jahr wirklich hier in Deutschland wohnst. Und du lernst auch erst seit einem halben Jahr Deutsch. Richtig? Cool! Okay! Sind wir mal gespannt! Was hast du uns mitgebracht? Ich habe hier zwei rote Damen und eine schwarze Bube. Okay! Das ist Oma Herz und das ist Oma Kaku. Und das ist er Enkel. Er heißt übrigens FANG, genau wie ich. Er ist ein bisschen frech, genau wie ich. Es ist sehr schwer ihn zu Hause zu halten, damit die Hausaufgaben machen kann. Sogar sein Vater hat Probleme mit ihm. Möchtest du die Rolle sein Vater übernehmen? Ich? Klar! Das kriege ich hin. Halten Sie FANG! Festhalten den FANG oder was? Einfach? Okay, ich halte ihn fest. Er ist verschwunden. Er ist verschwunden. Was? Ja, danke. Oma Herz und Oma Karo holen ihn nach Hause zurück. Sein Vater passt auf, dass er nicht wieder abhauen kann. Ich halte aber richtig fest. Ja, sehr fest. Ich halte richtig fest. Ja, nicht geklappt. Aber als Sie nachschauten, merken Sie, dass es nicht FANG war, sondern sein Zwilling Bruder. FANG! Das ist fast drauf! Ey, der Hammer! Das ist alles! Jetzt war der Hammer! FANG! Komm noch mal ein bisschen zu uns hier nach vorne. Das ist definitiv besser, als wir in deinem Alter gezaubert haben. Und FANG, du bist elf Jahre alt. Das ist unglaublich jung. Du bist erst ein halbes Jahr hier in Deutschland. Weißt du, wie das bei uns angefangen hat mit der Zauberei? Nein. Das war an Weihnachten. Bei uns war es damals so, wir haben uns einen Schlitten zu Weihnachten gewünscht. Und wir haben den sogar bekommen. So einen richtig cool mit so geschwungenen Hörnern. Das einzige Problem war, wir hatten den, aber es war der einzige Winter damals ohne Schnee. Wir konnten also nicht auf dem Schlitten damit fahren. Unsere Mama hat es aber fotografiert. So sah es aus. Kein Schnee, nur Maulwurfshügel. Das ist das Gegenteil von... Den einzigen Schnee, FANG, den gab es damals in der Schneekugel von Mama und Papa. FANG, du kommst aus Singapur. Gibt es da Schnee? Nee. Hast du schon mal Schnee gesehen? Nee. FANG, mein Bruder und ich haben damals Stunden vor der Schneekugel von unseren Eltern verbracht, uns die Nasen daran plattgedrückt und uns vorgestellt, wie es wäre, wenn wir hier drin wären, inmitten des wirbelnden Schnees. Puste mal. Schau mal her. Schnee. Los geht's. Schau mal her. Wow. Wow. Fangen jetzt du. Nimmst gleich die Hände zusammen und pustest. So, machst du. Okay? So. Okay. Kräftiger Pusten. Kräftig. Yeah. Fang. Puste. Pusten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020